Welche Größe hätten Sie gerne? Die da. Die Größe 1. Schauen Sie mit Karte? Ja. Ich komme gleich und hole Sie. Niemals. Die Sacher-Geschichte geht zurück auf 1832, als die Torte gemacht wurde, die des Hotel Sacher in Wien, auf 1876. Und wir haben vor, noch viele Jahre in die Zukunft Geschichte zu schreiben. Und Corona wird ein Teil unserer Geschichte sein, ein Teil, der schwierig war, ein Teil, der unsere Gesellschaft auch vor große Herausforderungen gestellt hat, auch unsere Wirtschaft. Aber wir werden sowohl in der Gesellschaft als auch in der Wirtschaft und ganz bestimmt im Hotel Sacher Wien, wir werden diese Krise überwinden. Und wir werden nach der